Hallo, herzlich willkommen beim Make-up Coach. Bei meinem Kanal Silverwoman habe ich dir gezeigt, wie dieses Make-up innerhalb von Minuten Schritt für Schritt zu erreichen ist. Das hält den ganzen Tag, wenn du stark im Gesicht schwitzt oder in den Wechseljahren bist oder viel an den Lippen leckst, klar, dann muss man das eventuell nochmal ein bisschen auffrischen oder abpudern, also Lippenstift auffrischen. Ansonsten alles mit Puder zwischendurch nochmal fixieren. Aber wenn du jetzt sagst, ich gehe heute Abend weg und ich kann nicht mehr nach Hause, wie kann ich das jetzt mit ein paar Handgriffen in ein Abend-Make-up verwandeln? Und das zeige ich dir genau jetzt. Drauf habe ich bis jetzt den Brightliner in Smoky am Wimpernrand entlang, oben und hier unten, ganz zart auch kann man sehen, in der Lidfalte. Um das Auge ein bisschen zu formen, um das Schlupflid zurückzudrängen. Dann habe ich ganz zart mit dem schwarzen Smoky-Liner, da liegt er, am Wimpernrand entlang. Aber wirklich nur ganz, ganz zart. Und leichtes Rouge. Also am Rouge würde ich nur minimal was verändern. Das sieht sonst so schnell so aus. Aber Augen-Make-up kann man jetzt mit ein paar Handgriffen nochmal optimieren. Erster Schritt bei mir jetzt mit dem schwarzen Smoky-Liner, dass ich tatsächlich nochmal so ein bisschen was wie so einen kleinen Wing zeichne. Bis ungefähr zur Mitte. Und erstmal gehe ich mit dem Finger darüber, um den so ein bisschen diffuser zu machen, weil dann wird er direkt weicher. Kann man jetzt in einem zweiten Schritt nochmal wieder ein bisschen intensiver machen. Ich wollte jetzt nicht härter sagen, sondern intensiver machen. Und auch hier unten so ein ganz kleines bisschen noch intensivieren. Und schon sieht man, hat das nochmal eine ganz andere Wirkung. Ich mache es jetzt auch nur mal an dem einen Auge, dass wir wieder vergleichen können. Dann, ganz wichtig, gehe ich mit dem Bright-Liner in der Farbe Champagnerperlen hier rein und helle mir das so ein bisschen auf. Und das hat so ganz, ganz feine Glitzerpartikelchen. Wirklich nur so, wirklich ganz, ganz zarte. Und tupfe hier ein bisschen an. Das lässt das Auge dann so ganz mystisch strahlen. Aber dezent. Dezent, aber wirkungsvoll. Das ist die Devise. Dann nehme ich die Farbe Kugel. Wenn du es intensiver haben möchtest, nimmst du sogar Kugel Plus. Und ich mache jetzt mal was, was man normalerweise gar nicht so machen sollte. Mit dem Finger. Oder einfach nur hier so ein bisschen auftupfen. Habe ich jetzt nicht wirklich gemacht mit dem Finger. Also das wirklich nur unterwegs, wenn du gar nichts dabei hast. Und auch hier siehst du, bekommt das Auge noch so mal so ein bisschen Definition. Das wird plastischer. Und dann mein Wundermittelchen. Feuerwerk. Auf die Kugel drauf. Verwischen. Und den großen Auftritt haben. Mit der Kugel drunter hat es halt den Vorteil, dass das Ganze ein bisschen plastischer wird. Du kannst natürlich auch nur das Feuerwerk nehmen. Aber, oh, das sieht so schön aus. Hau mal hier das Licht an. Es wird zwar gelb mit der Lampe, aber vielleicht kannst du noch mal sehen, wie schön das dann glitzert. Und das sieht abends einfach dann Granate aus. Hier die Champagnerperlen und aufs bewegliche Lid. Einfach nur Feuerwerk. Bei den Lippen darf es dann für mich auch ein bisschen intensiver sein zum Abend. Nimm ich Flamingo. Wer jetzt noch eine Minute hat, nimmt den Mundwinkelheber. Nach unten hin zart verwischen. Das kannst du erkennen, hebt tatsächlich den Mundwinkel magisch. Ja, also wie mit Magie. Geh in den Mundwinkel. Nur wenn du noch eine Minute Zeit hast. Sonst lässt du den Schritt weg. Und dann ein bisschen Orchidee drauf. Schmetterlingskuss. Der hat ja dann auch den Vorteil, der hält und hält und hält. Ist fast ein Puderlippenstift. Der aber den Vorteil einer Creme hat. Und schon hast du mit ein paar Handgriffen das Ganze intensiviert. Und das lässt sich natürlich beliebig erweitern. Du könntest jetzt hier auch mit ein bisschen Farbe arbeiten. Oder auch nochmal die Augenbrauen etwas intensiver machen. Das kannst du machen, wie es deiner Fantasie entspringt. Das wäre für mich jetzt so, dass ich sage, für den Abend finde ich jetzt mal eine schöne Erweiterung. Im Prinzip ist das ja das gleiche wie hier in Matt. Aber abends darf es eben auch so ein bisschen prickeln. Schnell gemacht. Einfach mal ausprobieren. Und in die Kommentare reinschreiben, wie du aus deinem Tagesmakeup ein Abendmakeup zauberst. Was nimmst du für Produkte von Makeup Coach? Womit sagst du, ach, das nehme ich? Und schwuppdiwupp, sehe ich schon viel, viel glamouröser aus. Mein Tipp, alle Smoke Liner. Ich hebe es mal hier gerade raus. Das sind diese hier. Also das hier ist doch auch ein Smoke Liner. Haben wir nämlich auch als Bright Liner. Diese Farben Smoke Liner. Wenn du die in der Handtasche hast, so zwei, drei, kannst du zaubern ohne Ende. Es macht so viel Spaß. Und es hält. Es hält auch im Sommer, wenn es richtig warm ist und du so gut auf Touren kommst. Also das hier ist jetzt der edle, ganz, ganz schnelle Weg, um mit zwei oder drei Utensilien nochmal was ganz anderes aus diesem Tagesmakeup zu zaubern. Probier es aus und berichte. Wir sind alle gespannt. Und tschüss, die Michaela. Und dann. Und dann. Und dann. Vielen Dank.